Also hier will jemand los. Ponys, so ist es. Zero, voll die schönen Zöpfe und der Kitt. So, wir sind jetzt auf dem Weg mit unserer bunten Truppe. Der sieht dann inzwischen halt zu trinken. Awww, süß. Awww, ein Wanderriff bei uns gleicht eher einer Wanderung von sechs Pferden bzw. Ponys sind genau zwei reitbar und irgendwie, die werden auch noch die ganze Zeit geschont. Was ist denn das? Hallo Simone. So schön hier. So warm. Mega die schöne Lande. Gell Naira, Telly. Mega gespannt, wo kommt ihr? Pferde machen das so gut. Die Mäuse. Telly, so voll das Lütze. So schön. Naira bekommt richtige Arschmuskeln. Das ist voll cool. Voll das Abenteuer. Ja. Ja. Tuisentheim, uuuhuu. Jaa. Essen. Die Fackdossen. Wuhu, lecker. Was haben wir denn alle? Ah, da sind sie. Da ist es Feschbach. Hier stand Feschbach, liebe Freunde. Simone geht jetzt. Wir haben es nicht gewonnen. Wir klauen mal Essen. Wenn die Pony hier essen klauen. Und die Naira wird gerade so, ja wo ist die Naira? Ja, guck die mal an. Steht mitten im Wald. Naira! Naira! Vielleicht gehts los. Und die beiden sind voll entspannt. Es ist voll süß. Und wir sind auch entspannt und sind auch süß. Dann kommt Tally. Tally muss bis zum Wanderreitpferd noch etwas üben. Die hat einen Baum gefällt. Die hat einen Baum gefällt. Und eine Kuhle gekraben. Ich will reizen. Tally, in Geduld müssen wir uns echt noch ganz schön üben. Tally findet es einfach nicht toll, dass sie hier ganz alleine neben so einem Baum stehen muss. Und man beachtet die Aussicht. Und man beachtet die Aussicht. Tally. 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 Na ja, soll er sich dahin fallen? Hallo! Überleg mal! Du musst irgendwie angreifen hier! Alles Prävention! Alles möglich! Action! Wow! Wow, super! Hallo, Neuri! Und rein ins Licht! Tada! Wer hat's gedacht? Wir haben's geschafft! 18 Kilometer liegen hinter uns So, alle auspacken Da sind wir Ah! Super gemacht! Ich hab's gut gemacht! Ich hab's gut gemacht! Ich hab's gut gemacht!